So, hallo, guten Morgen, guten Abend, je nachdem wann du das hörst. Tag 2 in meiner Challenge. Und was sind die Chancen der Krise? Und wie ihr seht, habe ich euch mal mitgenommen auf meiner täglichen Runde mit meinem Hund. Mal gucken. Da hinten, da ist er. Und ja, ich möchte ja Impulse geben mit dieser Challenge, auch das Gute in der Krise zu sehen. Und das Gute ist, ich bin im Homeoffice und habe natürlich viele Zooms und Teams und wie sie alle heißen. Aber ich habe auch Zeit, eine ausgiebige Mittagspause zu machen. Und zwar, indem ich mindestens eine Stunde mit meinem Hund draußen bin. Im Moment etwas kalt. Aber das habe ich sonst nicht unbedingt, dass ich jeden Tag eine Stunde mindestens draußen mit meinem Hund bin. Tue auch noch gleich was für meine Stressprävention. Also doppelt gemoppelt gut. Also, zweiter Impuls von mir. Du kannst die Zeit vielleicht auch gut für dich und mit deinen Tieren nutzen. Ich tue es auf jeden Fall, seitdem Corona auch in unserem Leben Einzug gehalten hat. Und mal schauen, was ich für euch an Tag 3 habe und als dritten Impuls. Bis dahin, alles Gute und tschüss.